alli 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 alles einsammeln aus und aus wie gesagt und was wir auf die ohren haben da haben wir es auch erledigt wir sind sehr schwer zu sich weg damit wir bei mine war sehr gut jetzt herausgefunden wird jetzt mal eher gut aber egal dann muss ich immer die spickzacken darauf ziehen dann muss man nicht so machen muss man nicht kann machen klar wie also sehr lange gemacht ich kann direkt auf den stein klicken warum machen also durch den buch und ich meine ich habe mich nicht nur so die wir selber hinziehen aber wenn wir einfach nicht klicken können die freunde herausgefunden und ich nur per zufass hier erst mal eher gut aber egal ja so viel schnell dass meine schnelle die spiel zack 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 wenn wir noch wissen bohraben sind wir nicht nur den bohraben am besten ist klar wie viel fitter mit 400 ich passt schon ich hoffe jetzt ruhige besinnliche tage wird bei weihnachten bei mir war sehr ruhig muss auch mal sein war keine videos aufgenommen hat keine videos aufgenommen haben machen aber jetzt geht es wieder heute komme ich nicht gesagt hier habe ich ein legendäres teil hier bei fähigkeiten genau wie auch eine legendäre fähigkeit bekommen wir haben zwei legendäre sachen mein menschen ausgenehmenden kopf noch mal mit 8 ja ich tipp den kann man ruhig mal rein nehmen was war denn das naja so wusste sein aus gute frage besser doch hier wusste ich aus dem namen mit verbessern ich habe doch gerne herum machen das ist dann haben wir genug so schaden erhöhen sonst habe ich glaube ich nichts weiter gemacht nur ein sg eingeschafft weil sie gar nicht machen machen so gelassen hier sind wir auch erst mal auf dem markt nun so weit wie ich weiß wie ich kann auch jetzt nicht überstehen wahl ja sehr gut 41 mal schauen wie weiter kommt ich wäre wieder gestartet sehr schön mehr habe ich jetzt nicht gold raus schon mal drei schlüssel 41 schau mal da sind wir auf alle fälle in der zweiten kein problem nur den glaube ich nicht oder? schau mal den auch noch in der zweiten Da noch gucken, ob wir den schaffen. Mh... Mal gucken. Mal gucken. Das wird wieder knapp werden, aber... sieht mir was ganz gut aus. Könnte reichen. Ah, das wird wieder knapp werden, aber... Ja, aber noch einer auf LPD nicht. Das ist schon sehr, sehr knapp. Jetzt... Okay, okay. Mal aufgeschafft. Äh, das ist überhaupt nicht falsch. Mal auch mal versuchen. Und auch da auf den aktuellen Stand sind. Du, 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 du. Mh... Also, die haben wir nicht gut ausgeschafft. Das ist doch sehr gut aus. Vielleicht noch ein Versuch. Ja... Mh... Auch geschafft. Mann, 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 Mann. Oh... Oh... Ich denke, ich bin auch nachgerufen. Mh... Machen wir euch weiter. Ich nehme bei noch... ...eine, was wir machen. So... Immerhin bis 41, ne? Ne, 42, äh... Ach, da wieder nicht. So... Mach mal noch einen. Ach, wir haben noch zwei. Mach mal durch. Alles wegverballern. Alles verbrauchen. Schöne Sachen. Einmal können wir noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Hier auch. Einmal noch. Ein bisschen Fähigkeit. Und dann hier. Einmal Waffe. Und einmal die Russi. Zack. So... Jetzt wäre das... Ach, da war wieder was. Götter. Ja, zum einsammeln. Einmal sammeln. Verbessern. 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 Und gefährte. Alles irgendwie auf den Schaden wohl. Dann drauf kommt nicht mehr von aus. Und hier ist ja sinnlos, ne? Nehmen wir auch ein. So... So... Ich werde offscreen wieder hier ein paar Videos anschauen. Für die Visio... Für die Visio... Äh... Für die Visio... Für die Visio... Um wieder hier... Auf und zu können... Bespürung... Auf und zu können... Verbrauchern, um alle drei einmal zu machen... Äh... 2.8 x 2 Videos... Ich will euch nicht damit jetzt... Im Video... Quälen. Manch werden ja oft gemänt... Manchmal schon fertig. Dann sehen wir uns, äh... Aber erst wieder... Nächsten Jahr... I... Äh... 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 Solcheず-Sie... Hä... So... äh... Äh... Alles... Alles... Die nächsten Folge... Äh... Ein... Gute Rutsch und bis bald. Tschüss.